Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Heute geht es um einen echten Klassiker, nämlich den innerbetrieblichen Schadensausgleich. Der innerbetriebliche Schadensausgleich ist das arbeitsrechtliche Problem, das zwischen 2017 und 2019 am häufigsten im Hamburger Examen abgeprüft worden ist. Das müssen wir uns also auf jeden Fall ansehen. Jetzt gleich wollen wir uns zuerst die Grundstruktur des Problems anschauen und danach die verschiedenen Konstellationen durchgehen, in denen das Problem in der Klausur auftauchen kann. Los geht's mit dem Ausgangsfall. Arbeitnehmer A arbeitet als Kellner für die Restaurantbetreiberin R. Aufgrund einer leichten Unaufmerksamkeit fällt A beim Servieren mehrerer Weingläser das Tablett herunter und die Gläser zerschellen auf dem Boden. Die R möchte dann natürlich Schadensersatz für die zerstörten Gläser haben. Hier geht es um eine Schutzpflichtverletzung. Als Anspruchsgrundlage kommen also § 281, 241, 2 BGB in Betracht. Prüft den Anspruch doch gleich im Kopf einmal durch. Eigentlich liegen die Voraussetzungen dieses Anspruchs relativ unproblematisch vor. Der Arbeitsvertrag ist ein Schuldverhältnis, A hat eine Schutzpflicht verletzt und dies auch zu vertreten. Auf der Ebene des Schadens muss jetzt aber das Problem des innerbetrieblichen Schadensausgleichs angesprochen werden. Dessen Hintergedanke ist die folgende Wertung. Der Arbeitgeber profitiert wirtschaftlich von der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers. Sämtlichen Gewinn, den A durch seine Arbeit als Kellner erwirtschaftet, streicht die Restaurantbetreiberin R ein. A bekommt nur seinen festen Lohn und ist am Unternehmenserfolg in der Regel nicht beteiligt. Die einfache Anwendung der zivilrechtlichen Haftungsregeln führt nun dazu, dass der Arbeitnehmer für Schäden haftet, die er bei der Arbeit fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Somit genießt der Arbeitgeber die wirtschaftlichen Vorteile der Arbeit des Arbeitnehmers, während der Arbeitnehmer die Risiken dafür zu tragen hat, dass etwas schief geht und ein Schaden entsteht. Das klingt nicht nur ungerecht, nein, das interpretieren viele als einen Wertungswiderspruch, der zu korrigieren ist. Und das Rechtsinstitut, das man zur Korrektur dieses Widerspruchs entwickelt hat, ist eben der innerbetriebliche Schadensausgleich. Manche sprechen auch von den Grundsätzen der beschränkten Arbeitnehmerhaftung. So viel also zum Hintergrund. Nun überlegt bitte einmal kurz, wie wir diese Korrektur dogmatisch am besten aufhängen. Nach ganz herrschender Meinung wird in entsprechender Anwendung des § 254 BGB auf Schadensebene eine Grundverantwortlichkeit des Arbeitgebers berücksichtigt. Diese Verantwortlichkeit ergibt sich eben daraus, dass der Arbeitgeber als Unternehmer wirtschaftlich von der Arbeit des Arbeitnehmers profitiert und insoweit auch das unternehmerische Risiko tragen sollte. Wenn der Arbeitnehmer einen Schaden nur leicht fahrlässig verursacht hat, soll allein der Arbeitgeber diesen Schaden tragen. Das sagt jedenfalls die Rechtsprechung. Die Verantwortlichkeit des Arbeitgebers soll aber nicht so weit gehen, dass er für sämtlichen Schaden allein haftet. Vielmehr ist es wertungsmäßig angemessen, wenn der Schaden abhängig vom Grad der Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgeteilt wird. Bei mittlerer Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers tragen beide in etwa die Hälfte des Schadens. Bei grober Fahrlässigkeit steigt der Anteil des Arbeitnehmers. Bei gröbster Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz des Arbeitnehmers haftet der Arbeitgeber dann gar nicht mehr und der Arbeitnehmer trägt den ganzen Schaden. Zu beachten ist, dass die Rechtsprechung den Schaden trotz besonders grober Fahrlässigkeit auch dann deckelt, wenn zwischen Schaden und Einkommen ein Missverhältnis besteht. Paradebeispiel ist hier der alkoholisierte Flughafenmitarbeiter mit 2000 Euro Bruttoverdienst, der betrunken mit der Enteisungsmaschine 250.000 Euro Schaden an einem Flugzeug verursacht. Jetzt zurück zu unserem Fall. A lässt das Tablett nur aus einer leichten Unaufmerksamkeit fallen. Das spricht für lediglich leichte Fahrlässigkeit, sodass die entsprechende Anwendung des 254 BGB dazu führt, dass A gar nicht haftet. Dogmatische Randnotiz. Die Kategorien der leichten und gröbsten Fahrlässigkeit sind im Gesetz nicht angelegt. Hier gibt es lediglich die normale Fahrlässigkeit und die grobe Fahrlässigkeit. Beim Arbeitsrechtlichen Institut des innerbetrieblichen Schadensausgleichs wird aber trotzdem mit vier Kategorien gearbeitet. Ziel ist es, einen gleitenden Übergang herzustellen von der vollen Verantwortlichkeit des Arbeitgebers bei leichter Fahrlässigkeit hin zur vollen Verantwortlichkeit des Arbeitnehmers bei gröbster Fahrlässigkeit und Vorsatz. So viel zum Grundproblem. Im Ausgangsfall habt ihr nur eine der drei möglichen Klausurkonstellationen kennengelernt. Der Arbeitnehmer hat einen Schaden beim Arbeitgeber verursacht. Welche zwei andere Möglichkeiten kommen noch in Betracht? Anders sieht die Einkleidung dann aus, wenn der Schaden beim Arbeitnehmer selbst oder bei einem Dritten entsteht. Zunächst die Variante beim Arbeitnehmer. Der A lässt erneut aufgrund einer leichten Unaufmerksamkeit Weingläser fallen, ruiniert jetzt aber seinen privaten Anzug, den er wie jeden Tag als Arbeitskleidung trägt. § 254 hilft hier nicht, da der Arbeitgeber gar keinen Schaden hat und somit kein Anspruch gekürzt werden kann. Stattdessen muss hier geprüft werden, ob der Arbeitnehmer einen Erstattungsanspruch gegen den Arbeitgeber hat. Woraus könnte der sich ergeben? Anspruchsgrundlage ist 670 BGB in, je nachdem wie man möchte, einfach oder doppelt analoge Anwendung. Jedenfalls muss die Norm analog angewandt werden, weil sie aus dem Auftragsrecht stammt. Im Dienst- bzw. Arbeitsvertragsrecht fehlt ein Aufwendungsersatzanspruch, sodass eine planwidrige Regelungslücke vorliegt. Da eine Vielzahl von Konstellationen denkbar ist, in denen ein Arbeitnehmer Aufwendung ersetzt bekommen sollte, ist die Interessenlage aber mit der im Auftragsrecht vergleichbar. Das heißt, die Analogievoraussetzungen liegen vor. Wenn wir 670 BGB hier anwenden wollen, bekommen wir aber noch ein zweites Problem. Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer. A hat aber einen unfreiwilligen Schaden erlitten. Den Wein hat er sich nicht mit Absicht über die Hose gekippt. Dieses Problem fällt unter Aufwendung auch ein unfreiwilliges Vermögensopfer, kennt ihr schon aus dem Auftragsrecht oder aus der GOA. Man sollte hier das Wort Aufwendung entweder weit auslegen oder ein zweites Mal eine Analogie erwägen. Für ein eine weitere Auslegung lässt sich etwa anführen, dass A die Tätigkeit insgesamt freiwillig ausgeführt hat und ihm dabei nur ein Missgeschick passiert ist. Wenn zudem bereits freiwillige Vermögensopfer ersatzfähig sind, sollten unfreiwillige Vermögensopfer doch erst recht erstattet werden. Wer diese Auslegung nicht mit dem Begriff Aufwendung vereinbaren kann, muss erneut die Analogievoraussetzung bemühen. A hat also einen Erstattungsanspruch aus 670 BGB einfach oder doppelt analog gegen die R. Wie hoch dieser Anspruch ausfällt, hängt wieder vom Grad der Fahrlässigkeit des A ab. Hier werden jetzt erneut die allgemeinen Erwägungen zum innerbetrieblichen Schadensausgleich abgespult. Es kann nicht sein, dass der Arbeitgeber wirtschaftlich profitiert, der Arbeitnehmer aber das wirtschaftliche Risiko für Fehler bei der Leistungserbringung tragen soll. Andersherum soll der Arbeitgeber aber nicht haften müssen, wenn der Arbeitnehmer sich so dämlich verhalten hat, dass er keine Privilegierung verdient. Das war also die zweite Konstellation. Die dritte ist die komplizierteste und wohl auch seltenste. Erstmal wieder unser Fallbeispiel. A lässt aufgrund einer leichten Unaufmerksamkeit ein Tablett mit Rotweingläsern fallen und ruiniert das Hemd des Gastes G. Restaurantbetreiber R haftet gegenüber G aus 281, 241, 278 BGB und 831 BGB. A ist die Erfüllungsgehilfe bzw. Verrichtungsgehilfe. A selbst haftet aus 823 Absatz 1 und zwar auf dieselbe Schuld. Wie wird der innerbetriebliche Schadensausgleich hier relevant? A und R sind hier Gesamtschuldner. Somit haben A und R gegeneinander Erstattungsansprüche aus 426 BGB. Auch im Rahmen dieser Ansprüche müssen die Wertungen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs berücksichtigt werden. Bei nur leichter Fahrlässigkeit hat A also gegen die R einen Erstattungsanspruch, bei gröbster Fahrlässigkeit nicht. Umgekehrt hat R gegen den A nur bei gröbster Fahrlässigkeit den Erstattungsanspruch, aber nicht bei leichter Fahrlässigkeit. Bei normaler Fahrlässigkeit gleicht sich die Haftung aus. Klar soweit? Dann jetzt noch eine kurze Vertiefungsfrage. Liegt hier auch eine gestörte Gesamtschuld vor? Nein. Eine gestörte Gesamtschuld setzt voraus, dass im Außenverhältnis, also gegenüber G, eine Haftungsprivilegierung gegeben ist. Der innerbetriebliche Schadensausgleich betrifft aber nur das Innenverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Sonst müsste er ja außerbetrieblicher Schadensausgleich heißen. Ein kleiner Scherz am Rand. Fassen wir also noch einmal zusammen. Den innerbetrieblichen Schadensausgleich brauchen wir, weil der Arbeitgeber sonst wirtschaftlich von der Erbringung der Arbeitsleistung profitiert, im Gegenzug aber nicht das Risiko eines Schadenseintritts im Betrieb trägt. Abhängig vom Grad der Fahrlässigkeit schieben sich die Haftungsanteile von Arbeitnehmer und Arbeitgeber hin und her. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet nur der Arbeitgeber. Bei gröbster Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet nur der Arbeitnehmer. Um zu verhindern, dass Arbeitnehmer wirtschaftlich ruiniert werden, gibt es außerdem eine Ausnahme bei einem groben Missverhältnis zwischen Einkommen und Schadenshöhe. Der innerbetriebliche Schadensausgleich kann in drei Varianten auftauchen. Erstens, der Schaden entsteht beim Arbeitgeber. Dann prüfen wir einen Anspruch aus 280.1.241.2 und wenden die Regeln zum innerbetrieblichen Schadensausgleich im Rahmen von 254 BGB an. Zweitens, der Schaden entsteht beim Arbeitnehmer. Hier behelfen wir uns mit 670 BGB, den wir einfach oder doppelt analog anwenden. Die Regeln zum innerbetrieblichen Schadensausgleich beziehen wir dann bei der Frage der Anspruchshöhe ein. Drittens, der Schaden entsteht bei einem Dritten. Dann haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber als Gesamtschuldner Ausgleichsansprüche gegeneinander und wir beziehen die Regeln zum innerbetrieblichen Schadensausgleich bei der Frage der Anspruchshöhe ein. So, das war's zum innerbetrieblichen Schadensausgleich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen und bis zum nächsten Video.